So, da bin ich wieder. Dann wollen wir uns mal das Endergebnis anschauen. Ihr habt euch im vorherigen Video gesehen, dass das Licht leicht gelblich war und weniger Leistung hatte. Jetzt zeig ich euch mal, wie das jetzt aussieht. So sehen die Frontbörnern aus. Sie sehen nicht mehr gelb aus. Sie sind wirklich strahlend hell. So. Dann machen wir uns mal das Abländlicht an. Schön hell. Also echt hell. Weil wenn das nicht hell ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß nicht, wie die Straßenausleuchtung ist, aber... Und das ist das Fernlicht. Also ich muss schon sagen, ich bin im Moment noch halte ich zuversicht, sehe ich, wie es nachts aussieht. Weil so habe ich einen Unterschied ja nur von der Farbe so einen kleinen Unterschied. Von der Helligkeit her nur einen ganz, ganz kleinen Tick. Also den Rest werde ich noch merken, wenn ich eine Nachtfahrt mache. Also Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Gebt ein Video ein Like, wenn ihr möchtet. Könnt ihr mich auch gerne abonnieren, ich würde mich zu befreuen. Und wie gesagt, mit der Verlosung, das mache ich bis Samstag 18 Uhr. Genau in dem Zeitpunkt werde ich dann den Zufallsgenerator entscheiden lassen und es aufnehmen. Haut rein! Gut, 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 gut.